Moin Moin, lieber Senior, liebe Seniorita, lieber Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Ich bin der Sehner und begrüße dich recht herzlich zur vierten Folge unserer alternativen Faktorio-Fakten. Wenn ihr hier unten mal auf den Tacho guckt, 19.51 Uhr, das ist ein ganz schlechtes Zeichen für uns hier auf YouTube. Denn um 8 geht mein Twitch-Livestream los, wo ich Faktorio spiele, wobei momentan spiele ich da A Black Tale Innocent. Ein sehr geiles Singleplayer-Game mit einer super packenden Story. Die Community will, dass ich das weiterspiele und deshalb werde ich gleich weiterspielen. Im Anschluss dazu, nach ungefähr zwei Stunden, gibt es dann Faktorio. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben kaum Zeit, um dieses Video zu produzieren. Ich rolle das Intro und los geht's. Nachdem ich den Hinweis da gelassen habe, dass du gerne mal im Livestream vorbeigucken kannst. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Scheiße, es geht wieder los. Rette sich, wer kann, bevor es zu spät ist. Und bevor es gleich zu spät ist und ich meinen eigenen Livestream verpasse, jumpen wir doch einfach mal in die heutige Episode rein und gucken, was die Autoren dieses Blog-Eintrags für uns parat haben. Ganz oben wartet einmal der Hinweis, dass die Alternative Faktorio Friday Fan Facts, also die Alt F4, zum Zeitpunkt dieses Blog-Eintrags, also wir sehen hier oben 2020, 11. September, auf Englisch, Russisch, Ukrainisch, Italienisch und Französisch verfügbar ist. Und ich sage euch Leute, das hier wird ein One-Cut. Also ich werde so viele Fehler machen und das nicht alles rausschneiden, sondern wir haben keine Zeit, wir müssen hier durchackern. Genau, dass es in diesen fünf Sprachen verfügbar ist, dadurch, dass die Community sich entschieden hat oder einige Leute in der Community sich gefunden haben, diese Friday Facts zu übersetzen, ähnlich wie ich das jetzt auch mache in Form dieses Videos. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die mittlerweile schon auf mehr Sprachen verfügbar sind. Vielleicht kriegen wir in den nächsten Faktorio Facts nochmal eine Info drüber. Die Leute von euch, die sich die Blog-Einträge schon durchgelesen haben, können das dann vielleicht auch kommentieren. Wir könnten vielleicht wieder einmal ganz kurz rausfinden, Englisch. Guck mal, Deutsche! Deutsche ist auch dabei. So, wir können auch auf Deutsche lesen, aber ich bleibe tatsächlich lieber im Original, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man kann es auf jeden Fall auch auf Deutsch umstellen hier oben. Ein bisschen versteckt tatsächlich, aber ja, wenn man erstmal weiß, was haben wir denn da? Englisch, Tschechina, weiß ich nicht genau, was Tschechina ist. Tschechisch vielleicht. Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Brasilianisches, Portugiesisch, Russisch und... Japanisch, Mandarin, ich weiß es nicht. Allchinesisch, ich weiß nicht, was das... Das sieht aus wie ein Banner und zwei gekreuzte Schwerter. Das sieht ungefähr so aus wie die Wappen, die ich mir in Civilization VI immer für meine Religion zusammenbastle. Kommt hin. So viel nur am Rande. Wir wollen vielleicht zurück in das Ding. Ich werde viel Scheiße labern, Leute, weil das ein großer One-Cut wird. Aber ist nicht schlimm. Ich habe noch zwei Minuten, das wird nichts. Ich werde mich also ein kleines bisschen verspäten. Macht ja nichts. Die Leute warten auf mich. Auf Qualität muss man auch manchmal ein bisschen warten. Dann kommt der nächste Abschnitt von Gamebuster 800. Ich wollte ihn schon 8000 nennen, aber so advanced ist er noch nicht. Vielleicht mittlerweile. Der schreibt darüber, dass er seine Blaupausen ganz gerne in einer, ich nenne das mal, Testumgebung erstellt. Er erstellt seine Blaupausen also nicht im laufenden Spiel, sondern wenn er einen bestimmten Fabrikabschnitt designen muss, dann geht er aus dem Spiel raus, aus seinem Laufenden und lädt eine extra Map. Wie das Ganze funktioniert, habe ich euch tatsächlich schon mal gezeigt, weil ich arbeite fast genauso. Momentan im Livestream bleibe ich meistens auf meiner Map, weil ich halt sehr angenehme automatische Roboter schon im Early Game habe, mit denen ich immer wieder ganz schnell abreißen und aufbauen kann. Das heißt, ich muss nicht dieses ganze Geklicke machen und nicht alles händisch abreißen und dann wieder aufbauen. Ich habe tatsächlich aber auch eine Testmap, die ich vor allem benutze, wenn ich Mod-Vorstellungen mache oder wenn ich irgendwelche Tutorials für euch mache. Das ist eine große, leere Welt, die nur aus einem gigantischen Schachbrettmuster besteht. Und dort habe ich unendlich viel Strom. Ich kann mir so viele Ressourcen reincheaten, wie ich will, sogar Unendlichkeitsressourcen oder auch Unendlichkeitskisten. Das ist alles super geil, wenn man, wie ich, kreative Videos macht oder wenn man bestimmte Fabrikabschnitte designen möchte. Ich habe das da oben mal vorgestellt, wie ich das mache und wie ihr das auch machen könnt. Also wie ihr euch quasi selber eine Map gestalten könnt. Das werde ich da oben einfach mal für euch verlinken, liebe Leute. Und dann könnt ihr euch das Video gerne angucken und macht euch vielleicht eine eigene Testmap. Ist super praktisch. Gamebuster 800 geht jetzt hier durch seinen Workflow quasi durch. Das erste, was er macht, ist, er nimmt die Creative Mod, die Editor Extension Mod, über die wir letzte Woche geredet haben. Also in dem Blog-Eintrag von letzter Woche. Und Kirk MacDonald Calculator ist etwas, das man benutzen kann, ein Field Gamebuster. Das ist eine extra Internetseite, die kann man besuchen und dann kann man hier sich angucken lassen, wie viele Förderbänder man braucht, wie viele Montagemaschinen man braucht, wie viel Strom das Ganze verbraucht. Man kann das Ganze sogar sehr schön visualizen. Das habe ich wunderbar ausgesprochen, tatsächlich. Ein bisschen stolz muss ich schon auf dich sein. Und da kriegt man einfach alle möglichen Informationen her. Ich bin mit dieser Internetseite nie wirklich warm geworden. Ich mache das lieber direkt im Spiel. Die Leute, die mir im Livestream zugucken, die wissen, ich benutze meine Lieblingsmod dafür, ist die Factory Planner Mod. Und die habe ich da oben vorgestellt. Es gibt Alternativen. Man kann diese Internetseite benutzen, man kann die Factory Planner Mod benutzen, man kann die, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, irgendwas mit K, hat er die hier angesprochen. Es gibt noch eine andere Mod, mit der man das alles gut ausrechnen kann. Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich verlinke das sonst auch in der Videobeschreibung unten. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Es gibt noch eine Mod, die das alles sehr entspannt in Faktorio direkt darstellt. Aber ich persönlich habe mich einfach mit Factory Planner angefreundet und mehrere von diesen Mods braucht man im Grunde nicht. Das heißt, jeder sucht so seinen Favorite raus und bleibt dabei. Und genau, ich habe die vorgestellt auf meinem Kanal. Ich verlinke sie unten und da oben. Und ihr wisst schon. Der nächste Schritt, den da dann durchgeht, ist, die eigentliche Blaupause zu designen. Ist klar, wenn du eine Blaupause willst, musst du die irgendwie aufbauen. Und das ist halt gerade, wenn du die Creative Mod installiert hast, halt unglaublich angenehm, weil du diese ganzen Gegenstände, die ganzen Gebäude und so weiter nicht erst herstellen musst. Du kannst volle Förderbänder mit Eisenplatten cheaten. Und dann weißt du genau, ich habe hier ein rotes Förderband Eisenplatten. Wie viele Maschinen kann ich damit bedienen? Du kannst alles restlos einfach bis ins Letzte ein bisschen austesten. Sehr, sehr, sehr angenehm. Dann wird die Blaupause quasi nach und nach und nach designt. Wenn man gucken möchte, wie gut das Ganze läuft, dann kann man hier in die Creative Mode gehen und den Gamespeed auf 100 hochschalten. Wenn du nämlich eine große, leere Map hast, dann muss der Rechner wenig rattern. Meine Maschine schafft es ungefähr auf 10- bis 12-fachen Gamespeed auf einer relativ leeren Karte, also auf meiner Testmap. Dann hast du halt nicht deine 60 Tics pro Sekunde, sondern du hast halt deine 660 bis 1000 Tics pro Sekunde, die abgerattert werden. Weil halt Faktorio noch so wenig zu tun hat und der PC, wenn man einen relativ guten hat, das alles halt simulieren kann. Das ist in einer großen Fabrik eventuell, wenn man dann schon noch mit 20, 30, 40 FPS spielt oder UPS spielt, auch nicht mehr so einfach, das alles restlos zu testen, weil man dann unter Umständen sehr lange warten muss, bis sich das so ein bisschen eingependelt hat. Die Leute, die mir öfter zugucken, wissen, ich baue gerne große Fabriken in einer Art und Weise, dass die ersten Lanes früher mit Rohstoffen bedient werden als die letzten, weil ich zum Beispiel sehr oft Splitter benutze. Und damit sich das dann einbendelt, dauert das manchmal ein paar Minuten. Schaltet ihr den Gamespeed hoch, geht das dementsprechend sehr viel schneller. Geht nicht nur über die Creative Mode, dafür gibt es auch Konsolenbefehle. Dazu mache ich separat nochmal ein Video, dass ich euch die in meinen Augen sinnvollsten Konsolenbefehle mal vorstelle. Damit kann man sich nämlich tatsächlich einiges an Mods sparen, wenn man möchte. Wenn er dann die Blaupause grob erstellt hat, dann guckt er nochmal, ob da irgendwo Fehler drin sind und versucht dann die Blaupause möglichst kompakt zu designen. Der gute Gamebuster sagt, er hat da bestimmte ästhetische Vorlieben und funktionale Vorlieben, dass zum Beispiel alle Ressourcen-Inputs von derselben Seite aus reingefüttert werden. Ich arbeite meistens über links und rechts oder oben und unten, aber er will alles von einer Seite aus reinschieben, ist ja auch sein gutes Recht. Geht das Spielfaktorio anders. Wer da das dann gemacht hat und das alles möglichst klein und dicht zusammengestaucht hat, dann ist es Zeit, die Blaupause zu releasen. Der String wird einfach abgespeichert und dann importiert. Ist ein bisschen wie im Mode-Business. Egal. Und in den neuen Spielstand eingefügt und dann hat er seine wunderbare Blaupause. Das war also kurz zusammengefasst. Der Workflow von Gamebuster ähnelt meinem Workflow sehr, nur dass ich halt leicht andere Mods benutze und das Ganze intern in Faktorio regle, ohne mir eine extra Internetseite dafür raussuchen zu müssen. Das nächste haben wir von der Landmine 752. Der hat einfach ein paar Fan-Arts hier zusammengestellt, die tatsächlich auch sehr cool sind. Hier ist einmal das Faktorio-Mädel. Na, Faktorio-Mädel. Ja, ihr wisst, der Faktorio-Spieler ist weiblich. Ein Spider-Tron, eine Rakete in die Luft fliegt, ein kleiner Beißer, der sich mit einem Gun-Turret anlegt. Das dürfte sogar kein kleiner, sondern schon ein großer Beißer sein. Und dann haben wir hier nochmal, das ist sehr Loli-mäßig, sehr große Augen, sagen wir mal so. Die ist... Nein, nein. Aber süß hier auf der Spinne tatsächlich. Und genau, das bringt mich zu einem Thema. Ich habe die letzten Tage auf meinem Kanal bei Twitch ein paar Spenden gesammelt, weil ich kriege mein eigenes Faktorio-Avatar. Ich kriege eine eigene Faktorio-Figur, die ich im Spiel spielen kann. Ich habe einen 8-Bit-Artist quasi, einen Pixel-Artist engagiert, der für teures Geld mir eine Figur erstellen wird. Und mit dieser Figur kann ich dann in Faktorio rumlaufen. Und die werdet ihr dann in jedem meiner Videos und in jedem meiner Streams, wenn sie gut wird jedenfalls, begutachten können. Danke nochmal an alle Leute, die gespendet haben. Ich habe mir die Namen aufgeschrieben. Jeder, der mindestens einen Zehner dazu getan hat, um den Artist zu bezahlen, kriegt die Figur von mir auch. Plus Anleitung, wie man diese Figur ins Spiel bekommt. Und alle meine Patreons werden diese Figur ebenfalls bekommen. Vielleicht erst ab einer bestimmten Patreon-Stufe. Das muss ich mir überlegen. Wenn ihr Patreon werden wollt, wenn ihr die Figur auch haben wollt, guckt da oben nach. Am 25. soll die fertig werden. Das sind jetzt also noch knapp zwei Wochen. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin wirklich gespannt und hoffe, dass das Ding einfach auch famos wird. Ich habe richtig Bock. Meine eigene Figur soll halt aussehen. Ich hoffe, das klappt wie ein hässiger Hurensohn-Hybrid zwischen mir mit meinen roten und schwarzen Haaren. Und vielleicht der Wampe, je nachdem, wie sehr der Künstler deines Details geht. Und dem Faktorio-Männchen, wie wir es jetzt kennen. Also einen Steampunk-Seno mit schwarz-roten Haaren, der auf der Planetenoberfläche von Norvis rumläuft und versucht, eine Rakete zu basteln. Klingt jedenfalls sehr unterhaltsam. Dann sind wir, ich muss mich langsam echt beeilen, hier unten bei Mod Spotlight Realistic Fusion Power. Das ist eine Mod, die dafür sorgt, dass die komplette Kernkraft in Faktorio überarbeitet wird und sehr viel realistischer wird. Ich habe kein Physikstudium abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, also vom Ding her weiß ich, wie ein Atomreaktor funktioniert, aber ich habe in der Schule durchgenommen und mal ein bisschen bei Wikipedia gelesen und mal eine Doku geguckt. So, das ist ungefähr mein Fachwissen. Inwieweit das wirklich realistisch ist, kann ich nicht beurteilen. Das wird stark vereinfacht sein. Aber ich habe immer nur Gutes über diese Mod gehört, tatsächlich. Ich habe sie bis jetzt noch nicht vorgestellt. Deshalb werde ich jetzt hier über die einzelnen Änderungen nicht so viel sprechen. Wir können ja auf einem GIFT sehen, wenn man Dinge anschließt und verschiedene Rohre, Flüssigkeiten, Temperaturen miteinander vermischt, dann gibt es auch mal eine Explosion und dann kann auch alles mal in die Luft fliegen, was halt sehr cool ist. Ich habe auch immer mal wieder GIFs gesehen, wo ein ganzer Reaktorblock in die Luft fliegt. Also als würden Atomexplosionen oder Atombomben in ein Faktorio gezündet. Werde ich nochmal mich reinfuchsen und dann auch eine eigene Mod-Vorstellung darüber machen. Ist momentan noch nicht fertig, wenn ich sie hier oben verlinkt habe. Wenn da oben jetzt ein Link aufkloppt, dann habe ich das schon nachgeholt. Wenn nicht, guckt unten in die Videobeschreibung oder durchsucht meinen Kanal. Es kann sein, ihr seht es ja hier, 10.8. Jetzt ist sie noch nicht da. Aber ich denke mal, diesen Monat werde ich dazu kommen. Also wenn wir schon September haben, mit ein bisschen Glück, ist die Mod dann schon bei mir vorgestellt. So, gute 10 Minuten Verspätung. Ich würde sagen, dann sind wir auch einfach am Ende des Blogeintrags angekommen. Hier unten steht noch das Outro und Contributing. Das ist nicht so wirklich entscheidend und wichtig. Da wird einfach nochmal drüber gesprochen, dass man sich gerne an diesem Projekt hier der Alt F4 beteiligen kann. Könnt ihr gerne machen. Den Discord-Server habe ich euch letztes Mal schon vorgestellt. Oder bis jetzt bei fast jedem Blogeintrag. Könnt ihr hier auf den Discord-Server klicken und euch dann eventuell selber einbringen. Ich überlege auch, ob ich das machen werde. Seno muss jetzt losstreamen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich freue mich drauf, euch gleich im Livestream zu sehen, Leute. Haut rein, habt eine schöne Zeit, lasst die Fabrik wachsen. Und wenn ihr Games kauft bei Humble Bundle oder bei MMOga, unten habe ich einen Link. Wenn ihr über den kauft, kriege ich 10% vom Umsatz. Für euch wird nichts teurer. Also speichert euch den Link gerne hier oben einfach mal in eurer Hotlist ab. In eurer Quickbar. Und wenn ihr dann irgendwie mal Games auf den Seiten kauft, dann denkt an mich, dann klickt auf den Link und dann kriege ich 10%. Das ist schön. Damit helft ihr mir ein kleines bisschen. Und ich kann weiterhin tolle Videos für euch machen. Haut rein, bis bald. Ciao, ciao. Bin weg. Ein Schaltungszeichen Einschaltungszeichen